Hello und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meinen Spind. Erwartet ich so viel, weil ich habe eigentlich kein Geld ausgegeben für Fortnite. Deswegen, ich habe mir letzte Season Battle Pass gekauft, vorletzte Season Battle Pass gekauft. Diese Season noch nicht. Will ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich will mir die B-Bucks für einen echt extrem nice und Skin sparen, wenn einer im Shop ist. Deswegen, dann zeige ich euch einfach mal alle meine Sachen, die ich bis jetzt so gesammelt habe mit Aufgaben, Battle Pass, Free Battle Pass, Geschenk bekommen, dies, das. Ich habe den Deadpool Skin, Ausrüstungsspezialistin Maya. Dann den Wissenschaftler in einmal den, dem, dem und dem. Dann die ewige Ritterin in dem hier, dem hier, dem und dem hier und dem. Ich finde, das sieht voll nice aus. Dann die Juice in der Farbe, in der Farbe. Dann habe ich den Protus, der ist nicht wirklich so richtig ganz golden. Den Aiden Charlie in dem hier, dem hier und dem. Den Aquaman habe ich nur in dem. Den Midas im Gold und nur so halb im Gold und halt normal. Dann habe ich noch den hier, den Fade in dem und dem. Dann den Midas. Okay, stimmt, den hatten wir gerade schon. Dann Kit in dem hier, dem hier und dem. Dann Muscata in dem, dem und dem hier. Dann die Ocean in dem, dem, dem und dem. Und die Siona in dem hier. In dem, in dem, in dem. Dann die Sky in Golden und in Lila. Ich fand, die Lila war echt voll cool. Die Grüne war zwar auch extrem nice, aber ich habe mich dann doch für Lila entschieden. Den hier habe ich in dem und in dem, in dem. Dann die Taxifahrerin habe ich geschenkt bekommen. Von Wuhu. Dann habe ich den bekommen. Die Triologie aus dem One PS Plus Skins. Den habe ich geschenkt bekommen von einem guten Kollegen von mir damals. Der ist auch ein PS Plus Skit. Also Kohlenfaser, Kommando. Und Finanche Fallobst. Den habe ich bekommen durch den letzten Cup. Und die TNT Tina. Die habe ich dann noch in der Farbe, in Ghost genommen. Und, ja, recht viel Golden ist sie nicht wirklich geworden. Dann kommen wir zu den Backpacks. Oha, ich habe, ich wollte eigentlich nicht den Skin nehmen. Ja, egal. Dann habe ich hier den hier. In der Farbe und in der Farbe. Den hier habe ich. Irgendwie sieht alle gleich aus. Kein Plan, warum. Dann habe ich den Sternenbulge. Die unendliche Blüte. Bananenkoffer. Abenteuer Kit. Die SIS. Deadpools. Katanas. Majestrische Muschel. Wüstenrucksack. In der Farbe, in der Farbe, in der Farbe. Und der, und der. Dann Boom. Täschchen habe ich in dieser Farbe, in dieser Farbe. Dann harte Kante habe ich in dem und in dem. Den Meisterportal. Dann Minimond. Dann Nährenschwing. Dann oben Sitzstange. Kohlefasertank. Blaue Zuversicht. Wollknoll. Habe ich in dem hier, in dem hier und in dem hier. Dann Tieftauchtank. Habe ich in der Variation, in der und in der. Dann Strandbräufer. Dann Strandbräufer. In dieser Farbe, in dieser Farbe, in dieser Farbe, in dieser Farbe. Aber ich finde, ja, die sieht echt auch ganz geil aus. Dann den Sportbord in schwarz. Und in der hier. Weil das war so eine Aufgabe und die andere war bloß für Battlepass. Und die hatte ich nicht. Deswegen, dann Chattelines Rucksack. Einmal in dem hier und in dem. Dann den hier. Den Standardausführung. Sternenschub. In dem und in dem. Dann Basislagertasche. Habe ich nur den. Und dann den Sonnenspross. Den habe ich auch geschenkt bekommen. Dann jetzt geht es zum... Äh, Spitzhacken. Ich habe Aquamens-Dreizack. Äonen-Schneide. In dem hier und in dem. Dann ewige Schwerter der Legenden. Habe ich in Lila und in Blanc. Dann Erntenkontrolle. Dann Motorkrallen. Habe ich in dem Stil. In dem und dem und in dem. Dann Hammer und Beil. Goldkönig. Goldenes Zepter. Einmal hier glänzend. Dann nicht glänzend. Und schwarz. Fluchthaken. Habe ich in der Variation. In der hier. In der. Und in der. Dann Bunkerschmetterer. Bergbezwingerer. Habe ich auch nur in einer Farbe. Katzenklingen. Auch nur in einer Farbe. Luftdruckzwillinge. Schlangengebiss. Schraubenschlüssel. Habe ich in dem hier und in dem. Wollte ich nicht speichern. Sorry. Spezialistenhacke. In dem, 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 dem und dem. Dann Sternstoppenstab. In dieser und in dieser. Standardspitzhacke. Bananenachse. Visionhaken. In dem hier. Und in dem, in dem und in dem. Dann verlässliche Kling. In dem hier und dem. TNT-Hacke. In der und in der. Und dann Tauchmesser. So. Dann geht's jetzt zu den Fallschirmen. Da habe ich den O. Astroworld Orocan. Der NCG. Der Knüller. Designschirm. Designschirm. Oli. Kometenkracher. Koaxialblau. Knochenfisch. Klingraube. Fraktale. Equalizer. Fette Beute. Fischflieger. Glubschi. Lammahorn-Express. Sternenschreiter. Gipfelspringer. Feldflieger. Bananenbomber. Wasserflieger. Top-Siegel. Stratosphäre. Glutsiegel. Wilder Kracher. Mächtiger Marbelschirm. Der Regenschirm. Feuchte Farbe. Flutsprinkler. Schneefall. One-Shot. Holografie. Hängegleiter. Geheimsache. Fortillerflieger. Sturmsiegel. Webenschirm. Und X. So. Dann kommen wir zu den Runterfallteilen. Wie heißt das? Kondensschreifen. Okay, nun. Befröstlichtstrahlen. Artefakte. Billardkugeln. Blaue Fusion. Schnellen Koffer. Pralinensturz. Popcorn. Neonröhren. Flöckchen. Buchstabensuppe. Schneeflocken. Verknallt. Weehenden. Standardkarte. Blaue Pfeile. Viermamentenfische. Galaktischer Fall. Wasserfall. Ritter. Sturz. Und Proton. John. Gehen wir einfach mal hier zu den ganzen Sachen. Dann habe ich einmal. Partywut. Asgardisch. Boogiedown. Jumpstyle. Dünnernätengroove. Posaunennoob. Luftsolo. Katzenklaue. Essen ist fertig. Ilan. Der Hastel. Schneeball. Tasten. Genie. Tippel. Schritt. Und jetzt. Wasserballon. Dreizack. Achtball. Schlürf. GD. Bayitgranate. Auf. Aus. Dachenhorn. Astro. Antidote. Mehrstarker. Alter. Alles ist in Ordnung. S. Bananenagent. Bootybomb. Cashkoffer. Ewige Blüte. Eisiges Herz. Ego. Dynamit. Dummdi-Dum. Der Goldene Blick. Fadeout. Fischgräte. Flegel. Geburtstagshörtchen. GD-Schlangen. GD-Schnemann. Hallo Freund. Habut. Krisegrämig. Granatarherz. Goldenes Händchen. Gehust. Hammerhai. Handschellen. Ich bin empört. Immer mit der Ruhe. Kastendenken. Komet. Meister. Ingenieuren. Mechanofisch. Mächtiger Baum. Kuss. Kuschelzeit. Krabbenkönig. Miau. Miau Bunga. Mit Oli davon. Gewünswurf. Omsrache. Orientierung. Ritterschwerter. Ritterhelm. Respektiere den Frieden. Rakete. Ragequid. Piurette. Royaler Sieg. Royales Winken. Rückwärtssalter. Huf mich an. Schlachtenbus. Südher. Sonnenschirm. So alt schon. Ja guck. Ich bin zwei. Hehe. Spaß. Smooth bleiben. Shaka. Shadow. Zeitlicher Applaus. Sonnenvogel. Spinnenbeben. Steine Liebe. Tanzpappe. Zutut. Wahnsinnsburg. Tanzschritte. Zusammenpreise. Zusammenreise. Zone Wars. Yay. Wolkenkratzer. Wolkenkratzer. Dann kommen wir jetzt noch zu den Lockerungen. Söldner. Strahlendes Blau. After Party. Dreieckslodern. Soin. Sioniker. Schildpad. Rote Siegel. Oceanwelle. Industriedesign. Gefährliche Strömung. Verflucht. Bougie Man. Dickes Denem. Feline. Stenie. Gier. Handlanger. Spionier. Spielen und Banane. Shadow Design. Ritterschlag. Neantropfen. Neantropen. Midas Gold. Knallrot. Valentinsgeschenk. Und Zuckerguss. Dann gehen wir noch zur Musik. Banger. Freestyle Remix. Vorweihnachten. Glitzer. Zuhören. Billy. Sturmschredderer. Spione. Hasenhüpfer. Hertritt. Und Grenzenlos. Dann zu den Titelbildern. Hammer des Herolds. Die Fledermaus und die Katze. König des Strands. Astro Thunder. Bergginfiltration. Bereit oder nicht aus der Tiefe. Kuschel Konkurrenz. Cosmic Revolution. Astrowild. Besucherin. Bosskampf. Kalamity. Das Auge des Sturms. Das Labor. Der Zusammenstoß. Flint. Nicht ins Korn geworfen. Fates Verwandlung. Ehre. Die vergossenen Level. Die vergessenen Level. Die Ernte. Die drei Musketiere. Flossenheim. Freubeuter. Für immer Handlanger. Gefährliche Wasser. Gefährliches Gewässer. Goldenes Imperium. Gothic. Letzter Halt. Kraft der Technik. Kapitel 2. Season 2. Der Jäger und Gejagte. Hyperneitisiert. Harte Schale. Mechapunch. Merry Christmas. Neon Tomato. Neue Welt. Niemals aufgeben. Offenes Gewässer. Sonnenbad. 8. SK. 8 Bits. Schlagkraft. Season 7. Roy G. Muskelkater. Rocket Ride. Stimme. The Agency. TNT. Über den Wellen. Und X4. Stroh. Stroh. Storwimming. Ja. Also von den Tänzen. Habe ich eigentlich schon. Eigentlich relativ viel geschenkt bekommen. Deswegen. Mein Lieblingsskinn ist auf jeden Fall der hier. Und. Der hier. Also danke an jeden der mir was geschenkt hat. Und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wer doch. Nichts für Xenium Abi dazugehört kann. Und gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und jeden Tag um 18 Uhr gibt es einen neuen Livestream. Und wenn ihr dabei sein wollt. Könnt ihr gerne die Glocke aktivieren. Dann könnt ihr jedes Mal dabei sein. Schönen Tag noch. Tschüss.